Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück! Ich weiß, es ist noch nicht so weit, aber es kommt näher. Weihnachten kommt näher. Wir haben den 20.09. heute, wenn ihr das Video seht, und 21.20. Es ist drei Monate vor Weihnachten. Und draußen sind gerade bei mir in Hamburg 22 Grad, es ist super warm wieder. Aber Weihnachten kommt näher. Es endet langsam. Und ich zeige euch etwas, was ich noch nicht zeigen darf. Ave Maria! Darf ihr es in fünf Tagen zeigen, aber es ist ein Adventskalender. Adventskalender. Und diesen Adventskalender könnt ihr euch demnächst besorgen, und ich werde euch sagen, wie, und ich werde euch auch zeigen, warum, und dann werdet ihr auch die Erklärung von mir bekommen, warum rechts, links und oben schon ein Türchen offen ist. Ich hoffe, das gibt nicht zu viel Ärger, Leute, aber diese Adventskalender sind so heiß begehrt jedes Mal, dass ich sehr, sehr früh damit anfange, euch darüber zu informieren, dass ihr welche abstauben könnt. Und dann am Ende jammern trotzdem wieder welche und sagen, ah, Schäppi, es gibt keinen Adventskalender mehr. Und das ist nicht meine Schuld. Es können nun mal nur 500.000 Stück produziert werden. Keine Ahnung, wie viel Holi macht. Aber kommt Infos zu, Leute. Weihnachten kommt. Spekulatius-Zeit ist, ihr dürft zwar auch noch Pepsi und sowas trinken, aber die Schokoladenzeit kommt, und ich liebe Weihnachten. Und das werde ich mir von niemandem kaputt machen lassen, und schon gar nicht von dem Sommer da draußen. Pünktlich zu Weihnachten, oder schon vorher, werden wir unser Black-Op-6-Game fertig haben. Und zwar jetzt in der letzten Oktoberwoche, das heißt von jetzt aus noch fünf Wochen. Ist also tatsächlich nicht mehr so lang. Und ich habe in meinen alten Livestreams auf YouTube gekramt, und ich kann euch sagen, von wann die sind. Die werdet ihr im Hintergrund sehen. Aus Black-Ops 3 und Black-Ops 4, weil das sind für mich, Cold War war mir zu nah. Ich wollte gerne als Vergleich für das Thema Maps haben, die schon ein bisschen aus einer anderen Zeit sind, was ja immer noch Treyarch ist. Und ich habe ein Video, oder ein Livestream. Das erste ist vom 31.08.2018. Das ist sechs Jahre her. So lange mache ich das hier schon. Und das andere ist vom 15.08. Black-Ops 4, Black-Ops 3. Ist ja die Zeit gewesen, wo ich, obwohl die Games ja schon älter waren, immer noch sehr aktiv BO3, BO4 gespielt habe. Und wenn man sich die Maps anguckt, die wir damals bekommen haben von Treyarch. Black-Ops 3, Black-Ops 4 Maps, auch Cold War Maps zum Teil. Wobei da hatten wir ja viele Remastered Maps. Da ist es schwierig, sehr viele neue zu finden. Black-Ops 3 war ja zum Beispiel eigentlich alles neu. Black-Ops 4 waren super viele neu. Okay, sowas wie Nuketown und sowas. Final Range war natürlich wieder da, aber das ist okay. Und dann guckt man sich die Karten an, die wir bisher in der Beta hatten von Black-Ops 6. Dann ist da ein gravierender Unterschied. Und ich habe in das Treyarch-Entwickler-Team geguckt. Man kann ja gucken, welche Leute bei Treyarch, Slashhammer, Raven, Binox für welche Bereiche zuständig sind. Und wie man das macht, zeige ich euch. Ich bin ja ein sehr, sehr schlauer Mensch. Da bin ich ja sehr stolz drauf. Und was ihr bei Treyarch machen könnt, Treyarch hat einzelne Reiter auf ihrer Homepage mit Studio Culture und Team und Devs und Projekten und Sonstiges. Und es gibt zwar keine volle Auflistung, so jeder einzelne Mitarbeiter, da werde ich wohl so nicht rankommen. Aber es gibt verschiedene Steckkarten zu verschiedenen Leuten für verschiedene Bereiche bei Treyarch, die ja mehr machen als nur Call of Duty, aber natürlich hauptsächlich bekannt sind für Call of Duty. Und da kann man sich auf der ganzen Webpage, und die gebe ich euch als Link, falls ihr mal reingucken wollt, ich mag das Studio sehr gerne, durchgucken. Und da sind Interviews. Und da könnt ihr auch vergleichen in den Abspann von damals, wer hat eigentlich an den Maps mitgearbeitet bei Creative Designer und so und wer heute. Und von all den Leuten, die wir bis vor ein paar Jahren bei Treyarch dabei hatten, sind kaum noch welche übrig, die Black Ops 3 gemacht haben, Black Ops 2 vorher, Cold War Black Ops 4. Und das ist ganz normal bei solchen Firmen, dass da Personal wechselt. Man sucht sich neue Projekte, neue Aufgaben, wird abgeworben, dann gibt es vielleicht Streitigkeiten wegen Geld. Das ist in der ganz normalen Arbeitswelt so. Wenn man sich jetzt aber die Karten anguckt, die wir in Black Ops 6 bisher, und ich rede nur vom Multiplayer, weil der Multiplayer ist Butter und Biscuit, ist das Kerngeschäft für mich, das, was mich interessiert und da, worüber ich berichte. Mich interessieren diese 2 gegen 2 Modi nicht oder 3 gegen 3 oder, ist alles schön und gut und vielleicht gibt es da noch andere Karten, aber ich rede von 6 gegen 6 Multiplayer-Karten. Und da haben wir jetzt das Season 6 Update von Modern Warfare 3, mal als Beispiel für, wie man eine glatte 6 vergibt. Fünfmal Shipment, eine neue Karte, ein Remake. Das ist nicht ausreichend, egal wie kurz diese Season ist. Und Treyarch hat in Black Ops 3, Black Ops 4 unfassbar gute Karten gemacht, die ihr so im Hintergrund sehen könnt, die wir so noch nie hatten. Und dieses Entwicklerstudio hatte eine dermaßen große, man hat richtig gefühlt, dass da eine Passion hinter ist, dass da eine Leidenschaft hinter war, dass die, die daran gearbeitet hatten, wirklich Spaß dran hatten. Und dann guckt man sich an, was wir jetzt aktuell bei den Black Ops 6 Beta-Karten hatten und dann guckt ihr euch an, das hatte Charlie Intel vor 4, 5 Wochen, ich habe es euch mal gezeigt, geleakt, beziehungsweise es wurde bekannt gegeben, es waren so keine Leaks in dem Sinne. Und da konnte man sehen, welche Karten bei Black Ops 6 jetzt kommen werden und dann nehme ich euch mal mit. Jetzt können wir natürlich kein fertiges Fazit ziehen, weil wir natürlich alle Karten noch nicht gesehen haben, aber Babylon, Duralict hatten wir in der Beta vorab schon, wir hatten Scud jetzt in der Beta vorab schon. War Scud, die wir hatten oder hieß die anders? Skyline hatten wir auf jeden Fall und Scud war es, glaube ich. Wir bekommen ja gleich am Anfang des Release 16 neue Karten, die wir hier sehen, Red Card, Rewind, Subsonic, Volt, bla bla bla. Und das sind diese normalen Multiplayer-Karten und natürlich wird es ein fertiges Fazit geben am Ende. Ich wollte nur jetzt schon mal darauf aufmerksam machen, dass dieser Unterschied zwischen den Karten in Black Ops 3 und Black Ops 4 zu jetzt bisher so gewaltig sind, dass man gar nicht auf einen anderen Schluss kommen könnte, selbst ohne nachzuforschen, dass das nicht mehr dasselbe Team ist. Und das ist etwas, was wir vielleicht die ganze Zeit im Hinterkopf haben sollten für das, was jetzt bei Black Ops 6 kommt. Denn viele von uns leben ja noch in dieser Zeit, wo wir an die alten Black Ops Teile denken, an das alte Treyarch-Entwicklerstudio, an David von der Haar an der Spitze, das absolute Mastermind dahinter mit kreativen Ideen, wie man Games für Gamer macht. Und mittlerweile werden Games für Gamer-Brieftaschen gemacht. Das muss man leider so sagen. Und während ich die Maps in Black Ops 6 in der Beta Part 2 nicht schlecht fand, also denk mal an MW2 oder noch viel besser MW19. Wenn man schlechte Maps haben möchte, dann denkt man an die Infinity Ward-CODs. Und dann trifft man das. Also Azir Cave und Piccadilly Circus, die höchstwahrscheinlich allerschlimmsten Karten, die ein Mensch jemals gemacht hat. Und dazu hatten wir ja nun mal mit MW19 ein Game, auch wenn es ein anderes Entwicklerstudio ist, aber gleiche Franchise, wo die Karten dermaßen vertikal waren, Stockwerk über Stockwerk über Stockwerk über Stockwerk über Stockwerk über Stockwerk über Stockwerk, dass einem schlecht wurde, schon bei dem Gedanken, das Game zu starten. Die Karten, die wir jetzt in der Beta hatten, waren alle kleine Karten. Und Treyarch hat Folgendes bei Twitter gemacht. Es gab aus der Community von den Leuten, die die Beta genossen haben oder auch nicht genossen haben, eben das Feedback, dass die Karten sich zugleich angefühlt haben, was halt daran lag, dass sie alle sehr klein waren. Und es gibt nun mal Leute, die mögen Medium-Size-Maps, es gibt Leute, die mögen große Maps und sonst was. Und Treyarch hat sich die Zeit genommen und gesagt, ey Leute, wir hören euch, es war nur eine Beta, bleibt entspannt. Hier ist unsere Übersicht über die Karten, die kommen, mit den Einordnungen, wie groß diese Karten eigentlich sind oder wie klein. Und wenn ihr mal guckt, super viele Karten, von denen die small sind, hatten wir schon. Wir haben noch keine wirklichen Medium-Maps gesehen, wir haben noch keine wirklichen Large-Maps gesehen. Das alles kommt jetzt nach der Beta im Full-Release. Was bedeutet, dass dieses ganze Feeling, was wir haben, wie die Karten sind, ob sie sich da weiterentwickelt haben, ob die Karten Charakter bekommen, ob das Game richtig Charakter bekommt. Das sind alles Sachen, die bekommen wir tatsächlich jetzt erst mit dem richtigen Game zu fassen, weil wir einfach noch keine riesige Auswahl an verschiedenen Größen an Karten hatten. Und ich persönlich, ich bin ein Fan von Hardcore drauf, mach die Karte klein, mach 4 Action. Ich mag aber auch Karten, die ein bisschen Medium sind, wo man vielleicht mal taktisch agieren muss, wo man aber innerhalb von 2-3 Sekunden, wenn man will, direkt in der Action ist. Und wenn man sich das hier anguckt, wir haben hier die Medium-Sized-Maps, die Small-Sized-Maps, die Strike-Maps. Wir haben wirklich einiges dabei. Das Einzige, was mich so ein bisschen gruselt ist, sowas wie Skyline wird von Treyarch als Medium-Sized-Map genannt. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber Skyline ist für mich der Inbegriff einer Kleinkarte. Also, viel, viel kleiner geht es ja gar nicht mehr. Natürlich, sowas wie Babylon, da brauchen wir nicht lange diskutieren. Wer das als Medium-Sized sieht, der hat drei Augen, aber leider nur an den Füßen und das sind Hühner-Augen. Aber ansonsten, ich bin gespannt, ob dieses Game richtig Charakter bekommt. Das würde ich mir wünschen. Das wird aber nur passieren, wenn die Maps sich gut anfühlen, gut aussehen, Spaß machen. Und ich hoffe, dass bei Treyarch immer noch Leute sitzen, die früher irgendwas damit zu tun hatten. Zum Beispiel in Black Ops 4 hatten wir viele Karten, wo wir interaktiv kleine Räume aufmachen konnten. Kleine Schiebetüren, Falltüren, all solche Sachen. Kleine Gimmicks, die eventuell den Flow in einem Gunfight verändern können, sind in einem Treyarch-COD für mich schon immer Bestandteil gewesen. Und genau das, worauf ich mich persönlich ehrlich gesagt freue. Und vor allen Dingen, worauf ich persönlich hoffe. Lasst mir mal eure Meinung dazu da, Chat, was ihr von den Maps bisher gehalten habt, weil ich habe in der Beta ein bisschen dieses Herz und diese Seele komplett vermisst bei den Karten per se. Und da geht es gar nicht um das Gameplay oder wie sich die Charaktere anfühlen, sondern wie sehen die Karten aus, wie spielen sich die Karten und, und, und. Und das ist etwas, was ein Call of Duty sehr hoch ranken kann oder komplett runter ranken kann. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, out rein und Kalender kaufen ab nächste Woche.